Servus Leute, was geht? Ich bin Stabone und ich möchte Sie heute wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen, erweiterten, was für erweiterten Video, zu einem neuen Video meinerseits. Ich will mich dafür entschuldigen, dass meine Stimme so kacke klingt, weil ich ein bisschen erkältet bin. Genau, es ist Sommer, gefühlte 100 Grad draußen, aber ich bin erkältet. Genau, das ist richtig geil. Ich muss jetzt, da nehme ich jetzt irgendwelche, irgendwelche Tabletten, dass die Sache hier auch besser wird, so, wow, 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 shit. Fuck, fuck, fuck. Das fängt euch mal gleich scheiße an, sorry. Flieg halt vorbei, Junge. Der braucht ewig, bis er vorbei fliegt. Vorbeifliegt, scheiß drauf, steig mal einfach auf den drauf. So, so geht die Sache gleich ganz viel schneller. Boah, Alter, das war knapp. Das war ganz richtig knapp. Aber scheiß drauf, fliegen wir einfach mal zur Offshore-Insel. Offshore-Pore-Insel. Dann sehen wir, was weiterkommt. So, erst mal den Looping drehen. Und hier, eigentlich gerade ziemlich unnötig, aber ich wollte es einfach mal nur machen. Das ist übel. Ist es bei euch auch so, wenn der Bildschirm sich so dreht, zum Beispiel wenn man so eine Schraube oder so macht, dass euer Kopf sich dann auch mitdreht? Ist voll witzig. Ist richtig, richtig nice. Sieht aber blöd aus, wenn man zuschaut, also wenn man an anderen zuschaut. So, jetzt hier voll auf die Boah-Insel drauf jagen. So, jawohl, die Boah-Insel ist ein bisschen beschädigt. Oh shit, jetzt kommen Raketen. Deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit hin dazu fliegen. Und jetzt da wieder voll drauf leuchten. Jetzt abspringen. Oh shit. Das war richtig knapp. Richtig scheiße knapp war das. Uh. Ich habe aus dem Kreis gedrückt. So, der Heli, der ist meiner. Das ist mein Heli. So, wo gehe ich denn jetzt hier am besten hin, dass ich mich hier am besten hoch swingen kann? Das sind Passanten. Nee. Den tun wir nix. Oh shit. Ach, kacke, Alter. Wo war der Heli? Aber wo ist der hingeflogen, der Heli? Da ist er wieder. Da ist er wieder. So, jetzt, da ist er's. Jetzt ist es meiner. So, ja, hoch. Warum geht der Typ jetzt nicht hoch? Jetzt da. Jetzt geht er hoch. So, jetzt erst mal den weg. Und jetzt den hier. x-bam-bam-bam-bam-bam. Dreieck. Bam-bam-bam-bam. Und x-bam-bam-bam. Dann ist er weg. Und so, jetzt da hier voll auf die Tanks drauf. Jawohl. Jetzt ist er schon mehr beschädigt. So, was muss ich jetzt noch abschließen? Hier mal erst mal das Luftabwehrgeschütz abschließen, weil das stört mich ja am meisten. So, hier. Dann da unten das noch abschließen. Jawohl. Jawohl. Das heißt, mal abschließen, muss ich da drüben eigentlich auch was zerstören? Fliegen wir einfach mal dahinter. Weil irgendwie, auf dem hab ich jetzt irgendwie nichts mehr gesehen. Vielleicht muss ich auch auch außen rumfliegen. Ich schau einfach mal da drüben, was ich da drüben mache. Ob man da drüben auch was zerstören muss. Oh, shit. Kacke, 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 kacke. Gerade übelst du die Rakete abbekommen. Oh, shit. Voll der Bauchblatsche. Aber das juckt den gar nicht. Das stört den Typen gar nicht. So ist der. Da. Alter Helikopter. So, jetzt erst mal aufs Boot drauf. drauf swingen. Drauf schwingen. So, jetzt erst mal den zusammen schlagen. Warum muss man eigentlich immer die Tasten drücken, Mann? Ich glaube, irgendwann voll lich aneinander. Obwohl es bloß so wenige sind. Aber so hab ich's auch. Und die Sache ist geritzt. Die Sache ist erledigt. Und dann geht die Sache. Aber den Helikopter, den will ich mir jetzt holen, Mann. Weil der stört mich jetzt hier extrem. Und jetzt kommt er noch im Boot. So, wo ist der Heli? Da ist der Heli. Oh, kacke. Shit. Da zieht's halt das Leben. So übelst viel, wenn der schießt dich. Wenn der dich einmal trifft, schießt es dir so übelst viel ab. Das ist schon ein bisschen krank. So, bam. Bam. Raus mit dir, du Schlinge. So, was soll ich hier ein bisschen zerstören? Aber tut es eigentlich auch was am Schaden abziehen? Von der Bohrinsel? Glaube ich mal nicht. Aber trotzdem tun wir hier mal ein bisschen. Oder? Nee, nur von dem. Nur von dem Ding. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann zerstören wir halt hier auch alles. Bam. Bam. So, hier, da noch ein bisschen was. Das geht nicht. Hier oben, so. Da fliegt man halt wieder zur anderen Insel, Winsel rüber. Zur anderen Bohrinsel. Aber da bin ich jetzt eigentlich auch schon fast bei der Hälfte fertig. Von dem her dürfte es eigentlich jetzt auch nicht mehr lang dauern. Bis ich da mit dir fertig bin, bolz' noch mal ein bisschen drauf. So, wo ist hier noch was, wo ich das zerstören kann? Nee, da ist nix mehr. Oder? Nee. Aber es greift mich auch irgendwie gar... Oh, doch. Gesagt, getan. Auf einmal kommen Schüsse von hinten. Vielleicht ist auf der Seite noch was, auf der anderen Seite. Muss ja noch was sein. Da sind noch Kanister. Oh, das zieht wie bist du von der Bohrinsel. Von der Bohrinsel zieht es ganz schön viel Schaden. So, jetzt erstmal auf den, weil der stört mich hier. Oh, Kacke. Win for Soldeos. So, wo ist der Typ jetzt? Wo ist der Heli? Da ist er doch. Da ist er doch schon. So, jetzt hier drauf. Boom. Und drauf mit dir. Erstmal die Typen hier abschließen. So, weg mit dem. Der schluckt natürlich wieder von einer Entfernung, von zwei Zentimeter Entfernung. Der Typ schluckt einfach wie ein Weltmeister schluckt er einfach. Wenn der Typ jetzt weggehen würde wie Matrix oder so, wo er sich so wegdocken würde oder wegmachen würde, dann würde ich ja nicht sagen. Aber der bleibt einfach stehen. Das juckt ihn einfach nicht die Schüsse. So, jetzt da habe ich es erledigt, oder? Jawohl, Bohrschaden ist hier fertig. Jawohl. Und die Mission ist auch fertig. Schwarzes Gold. Jo, dann will ich mich hier verabschieden. Vielleicht mit einer bisschen blöderen Stimme. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt schauen, wie es klingt. Aber dann sage ich tschau. Bis die Tage. Wie ist das morgen wieder? Vielleicht lass ein Abo oder ein Daumen nach oben da. Tschau. Bis morgen. Ja, ich bin hier. Party over hier. Call up everybody we know. This is for the women who be feeding off my ego. Tell them that I made it. Cause I listened to my haters. Took what they said and negated. Yeah, I played it like I'm T-Bo. Pour me at another one. Take a shot and reload. Okay.